Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 4 Golden! So, ich habe mich jetzt hier mal wieder herangewagt nach längerem und die Sache ist, ich wollte eben so ein bisschen offscreen mal rumspielen, ein bisschen leveln. Da ist mir halt aufgefallen, wenn ich jetzt in den Velvet Room gehe, bekommen wir mal eine kleine Text-Message, deswegen nehme ich die gerade mal auf. Ah, I've noticed that you've registered a large number of Personas. It is a result of your hard work and your connections. Please take this small gift from me. As long as you have this, I will reduce the cost of summing Personas from your Compendium. Und damit haben wir das Velvet Ticket bekommen, was halt jetzt jedes Mal, wenn wir eine bereits fusionierte Persona brauchen, kostet weniger Geld, was schonmal sehr nice ist. You should have a much easier time summing Personas now. So, I will give you another gift like this, if you continue to add Personas to the Compendium. Well then. So, und die Sache ist, warum ich das jetzt halt so aufnehme. Ich wollte für den Kampf, weil der mich damals ja so richtig abgefuckt hat, habe ich jetzt eben nach längerem mich mal hingesetzt und mal gesehen, ich hätte gerne einen besonderen Skill. Welche Persona gibt mir den Skill denn? Welche Persona gibt mir den Skill denn? Und dann habe ich festgestellt, ah, die Carabia. Und dann habe ich hier reingesehen und dann habe ich gedacht, ah, ich kann den ja sogar fusionieren. Aber zuerst checke ich mal gerade Compendium und register hier die beiden Personas rein. Hey, registern. Weil wenn ich die schon ein bisschen gelevelt habe, so, da kann man ja auch mal. Und mal sehen. Die Frage ist halt, in welcher Kombination mache ich das denn? Komm hier da. Ja, dann, ja. Bekommt er halt ein paar Stats von den anderen. So, und dann, weil wir einen relativ hohen Link haben, weil es ja full ist, müsste es relativ billig werden. Hoffentlich klappt das jetzt aber. Und jetzt kriege ich ein paar Pickel. Ich bin Dicke Carabia. Unsere Körper sind vielleicht anders. Aber ich bin dich. Ich setze mich in deine Arbeit. So, und damit haben wir jetzt die scheiß... Seestern. Und der nächste Skill bei Level 50 ist nämlich der, warum ich den haben wollte. Megidola. Und wir haben Megidola. So. An der Stelle würde ich sagen, wir sehen es dann gleich. Weil ich schneide es dann nachher ganz nett zusammen so. Weil ich mich jetzt ja erst wieder ein bisschen durch den Dungeon boxen muss. Also, bis gleich. So, und dann stehen wir jetzt hier, wo wir sein wollen. Und ich probiere dann mal aus. Also, ich hab halt gesehen, ich konnte mich ja doch einfach zum Ende des Dungeons hinporten. Und dann probieren wir mal die neue Persona jetzt aus. Die ist jetzt ja nur 8 Level über der, die ich die ganze Zeit gelevelt hab. Hm. Ich kann sehen, sie passen durch die Tür. Ich öffne die Tür und in die Tür. Die Tür ist mit mysteriösen Kraft. Ja, wo können wir halt den Orb of Darkness haben? Schau! Da ist er! Du, Mitsuo? Du bist besser bereit, zu bezahlen, du Scheiße! Jetzt mal, man muss ja nicht unbedingt. So. Dann will ich jetzt mal sehen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich will... Ich will... Ich will... Das Ding ist, sollte ich sagen, Genie zu einem Charakter werden? Geiss! Wie zu teuervereinbar ist der was? Du musst, jetzt Fallout aus derугertiven Talel zuerst messen. So. Er frisst irgendwie nur nicht mal so besonders vieleting. Oh, der Schaden ist jetzt noch nicht mal wirklich bad, so. Die Frage ist, aber... Ja, gut. Weil ich weiß jetzt halt gar nicht so von wegen... ...wiegnest du mehr? Aber das sieht gar nicht so bad aus jetzt. Okay, Eis war wirklich relativ gut. Hier geht's. Kuck dir das! So, und jetzt ist er weak. Okay, in der Form tankt er aber ne Menge, stelle ich fest so. Oh, es geht fast schon. Ikaja ist was? Okay. Die Blue Wall ist Alec Resistance. Gut. Kann mir aber egal sein. Hier geht's, Herr Sona! Ah, ich bin gerade überlegen. Na gut, wie kann er noch? Ich werde dich enden! Und er muss jetzt halt ein bisschen... ...aufs Maul so. Du weißt. Komm, gib mal Crews, Herr. Natürlich verfehlst du das. Das ist ein bisschen schade. Es wird schnell. Der Atom, der macht was. Okay. Das ist ein bisschen Schade, so. Die Schade nimmt Zeit, um zu formen. Destroich es, bevor das passiert. Eis, Sona! Hm. Ich muss mal sehen, dass ich einen hab, der heilen kann. Ich weiß grad gar nicht. Das ist halt immer so, wenn das halt schon ein paar Tage her ist. Also ein paar Tage, vier Monate so. Aber ich glaub, Kanji hat ein Heilstil, mein ich. Komm, gib dem. Weil ich seh, langsam wird's ein bisschen ricky so. Das macht ein Rakukaja. Okay. Gut, hast du gar nicht, wie der das macht. Hier kommt, Herr Sona! Oh, ich weiß nicht, was du mit dir hast. Ich weiß nicht, er hat einen Rakukaja. Was ist denn, was ich nicht erwarten? Oh! Ja, ja, ich weiß nicht, warum ich mich daran maskarte. Was ist denn, wie ich mir in der Rakukaja suche? Ich hab die Kugel angeschaut. Ich weiß nicht, was du mit mir in der Rakukaja sind. Was wie ich mich nicht auf der Rakukaja bin. Aber dein increasei- und ich verstehe die Kollenkorde! Anruf! Ja, Mann, ich würde ihn nicht auf jeden Fall verbringen. Wir werden das mal auf einmal verbringen. Oh, Mann! Hier geht's... Persona! Ich habe mich von der Angst, Persona, um dich zu verhindern. Ich glaube, das Level Up gefällt mir nicht so. Okay, das ging noch. Ich gehe jetzt aber mal sicherheitshalber hin. Habe ich vielleicht was? Okay, so weak ist halt niemand. Dann lasse ich halt jeden einen Lifestone nehmen, so. Weil 30% ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Entschuldigung! Hier geht's... Persona! Gutes Bump! Okay. Ah, er ist jetzt mehrmals dran, was mir nicht so gefällt, muss ich mal so sagen. Ah, ich bekomme Schaden, wenn ich attacke. Ah, komm, nun du das. Und schnell mal seine Shell breaken. Okay, zumindest ist er ausgewichen. Das fühlt sich falsch an. Er hat sich in Grenzen gehalten, sag ich mal. Oh, komm. Hier geht's. Und sein Ding ist wieder unten. Und dann müsste ich ihn jetzt ja eigentlich im Moment weghouten. Los geht's! Ich werde dich enden! Hier geht's! Krachetat! Eißversicht hat erhöht. Ja, von mir aus. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Äh, gib den mal normal mit. Weil, mir ist ja gerade eingefallen, der hat sich der Eis-Resistance gegeben. Und hiermit habe ich mich das letzte Mal so angestellt. Das ist echt schon... Hallo da! Endlich wachst du, hm? Du hast ein großer Schmerz in unserer Arsch. Was... Sie... Sie... Wer in der Hölle sind Sie? Äh, we came to rescue you. Und der Konishi-Bits, auch! Ich habe alle von ihnen! Es war alles ich! Wo geht's? Was ist passiert? Es ist weg. Der Monster ist weg. Geh das, Scheiße! Hey! Er ist entzündet. Wir müssen ihn schnell rauskommen. Where am I? In der echten Welt. Why am I here? What the hell are you guys? Stop it! Why did the TV... Hey! You seem confused from everything that happened. But we have a bunch of questions for you. First off, why did you do all this? Answer in ten words or less! What the hell? Is that a costume? What a loser. Get out of my face. You freak. F-freak? F-freak? Gah! Hold it, Teddy. You're not helping. Hast du's wirklich getan? Get off my back. I already told you. I did it. Why? How could you do such a thing? Three people are dead because of you. It's not all blown away. But why did you invite me to the others... Wie hast du uns getötet? Oh, look who it is. Hey, Yuki. Nach dem ganzen Zeit, jetzt willst du mit mir sprechen? Haha, was Scheiße. Answer me! Wenn du gegen mich hältst, ist das okay. Aber warum die anderen? Haha, ha ha ha. What a joke. You're so desperate it hurts. I didn't care who I attacked. Everyone pisses me off. You what? Gotta be kidding me. You killed Senpai over nothing? You son of a bitch! I hope you're ready to get what's coming to you. Heh, what? You gonna kill me? Kanji-kun! Kill you? It ain't gonna be that easy, you piece of shit. What you did can never be taken back. No, you're gonna own up to your crimes and pay for what you did. You ain't gonna be allowed to kick the bucket until you understand exactly what it is you've done. Why damn it! Why does she have to die because of this bastard? Dude, the cops. Huh? What are you waiting for? Call the damn police! Yeah, you're right. Yosuke. What are you waiting for? At least Adachi-san seemed happy. Well... I guess this means our work is done. He did it all to draw attention. I can't get my head around that. It's just wrong. I mean... Not that it would have been okay if he'd had a better reason. I know. Don't worry. It's finally over. Let's leave the rest to the police. My world will be peaceful again now. Yeah. I'm happy for you. We really went through a lot. I like scoring with guys. He wills schon wieder. Oh come on! Will you ever let it go? What? Scoring with guys? Y-you don't need to know the details. I'm sure you'd like us to forget the sauna incident too. Right Kanji-kun? Uh... Well... That's not fair. I wanted to see everyone else's too. That's right. We three are the only ones who saw everyone's secret. Hey, so what was Yosuke's like? Come on! It's about time you told us! I don't want to see everyone else's secret. I don't know how to do it. 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 Is there something special about Senpai after all? Sensei is the man! And now that the case is solved, we won't be calling you leader anymore, will we? Oh, yeah. It's kinda sad. Hey, why don't we have a celebration? We always have a wrap party after we're done shooting. It's fun and it'll help give us some closure. Ooh, a party! That sounds great! Let's go all out! Ooh, ooh! I wanna go to Yuki-chan's house! Gorgeous dinner! Hot springs! Table tennis! Yukata! Geisha! Fujiyama! Full weightness! You're right. Yukiko-senpai's family runs a hot spring zen. A hot spring that... Yukiko-senpai bathes into? Hey, keep it to yourself. You're sounding like a creep. Well, it sounds like fun, but I don't think it's possible today. Yeah, it's summer vacation. All the rooms must be occupied. We can't do a sleepover? Maybe next time. I promise. Hey, why don't we hit your place instead? Oh, but will your uncle get suspicious? Like, why are you all celebrating? Hm. Why would we leave her out? The more the more the more the more. Oh, yeah. If your uncle is a detective, he might not come home tonight. Nanako-chan might be hungry. Hey, then why don't we make dinner together? Äh, lieber nicht. Wow, are you good at cooking, Senpai? Well, sort of. What are you saying? Did you already forget the tragedy of the school camp out? Well, we already told you that was an accident. She's right. We just got a couple of the ingredients wrong. Guys, please don't do this. I'm begging you. I don't need another trauma to deal with. Hey, I'm a good cook, too. I'll make something for you, Senpai. Ta-da! Teddy has a great idea. Let's have a cooking battle. The winner will be crowned Iron Cook Itaba. A cooking battle? Now I'm even more worried. Sure. That sounds like fun. Aw, but I'll win hands down. You sure you want to make it that easy? Dude, listen to me. For the sake of our stomachs, you have to cook something, too. Help us, partner. You're our only hope. Then you can represent the guys' team. Nanaku-chan will be our judge. I can be a taster, too. Teddy can be a tester, too. At the end, you're supposed to say, that was delicious, right? Woo-hoo-hoo! I'm getting all fired up! Alright! Let us advance forth into the grocery section downstairs! Charge! Shuna's Grocery Department. You decided to call Nanako to tell her about a cooking competition. Hello, Dojima Residence. Oh, hi! Yeah, he said he's gonna be late today. Huh? Dinner? You're all going to cook? Ask Nanako-chan what she wants for dinner! What do I want? Um, anything's fine. She's just being modest. Ask her again. Well, um, an omelette. I want to eat omelette with fried rice. Okay, I'll be waiting. You ended the phone call. Nanako seems to be looking forward to it. Fried rice omelette. An excellent choice, Nanako-chan. With a dish that simple, I doubt we'll get a second helping of Mystery Food X. Huh? What's wrong? N-nothing. Alright, let's go get our ingredients. Uh, if they're all making the same thing, why are they splitting up to different parts of the market? Looks like you'll need all the help I can give you. Hey, what kind of omelette are you making? I'll go get the ingredients for you. Hm. Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Immerhin, wir kochen für ein kleines Kind, also denke ich mal, dass Ketchup-Geschmack so das Beste ist, was du machen kannst. Everyone brought their basic ingredients to the court. Foie gras? Quite an eye you got there, senpai. It's a must-have for my special omelette. Don't worry, I'll let you have a taste. Ooh, or maybe I could spoon-feed you. Hehehehe. I heard last time you choked down something so awful that words couldn't describe it. It was horrible. You poor dears. Who would do such a horrible thing? Rise-san, this is going to be the only chance you get to gloat. Is that clear? I'll crush you with one strike. Whoa! You guys look like you're ready to enter the ultimate frying championship. Kanji-kun, that's alcohol! Uh, oh. Hehehehe. By the way, where's Teddy? Miss, am I allowed to eat this? Of course you can, dear. Eat as much as you like. You're such a nice lady. Is this one cooked already? Hehehe. This one's ready too. Oh my. Are you hungry for more? Here, I'll open this one too. You're so beautiful. Oh my. No. No, I mustn't. I've got a husband and a son. No. But I really want this meat. And I want you to cook it, Miss. Oh, I couldn't possibly. The manager would get so upset. I'm gonna knock the stuffing out of that bear. We say Chan was right. This celebration does make me feel like it's over. The case really has come to an end. Wow, it's really Risa-chan. I should go back over there soon. Are you going somewhere? Yep. The guys kept their promise. A promise? Huh. What if you made a promise with me? Could you stay there? A promise? With Nana-chan? A promise that you play with me. How about that? Sensei, you kept your promise with me. So I should go back over there. I should go back over there. But a promise is a promise. It's not good to break them. Sensei! My promise with Nana-chan. I made a promise to play with her. Can I really stay here? It wasn't just my promise. Nana-chan made it with me. I'm really, really happy. Thank you. Tally's Eye is a Water Ring. Und Rang 4 der Star Arcana. Recon. A little longer. Is that okay with you, sir? Huh? What are you talking about? You're not going anywhere. You can't just quit your job like that. In any case, if you left... It's a ratty! Incoming food! Out of the way, Senpai! Woah! Au! Bon Appetit! Also, ich weiß ja nicht, aber da wo ich herkomme... Wenn ich mir mal so das Omlet ansehe, das vor dem Hauptcharakter steht, ist Ei nicht rot. W-w-w-w, warte einen Moment. Ansonsten, Nanako-chan zu gehen und versuchen diese für uns, ist... ...unethisch. Kast macht es eine Zachung. Kein Frage. So, es ist unser Job to taste es, first... ...zure zu zeigen. ...zure zu halten... Hey, das ist mean! Dann trä rie mine first, Yosuke-senpai! Es garrantee-del Delicious! You don't mind me going first? Actually, I've been looking forward to yours. I mean, Rizette cooked it herself. Can you imagine how many guys would kill me if they found out? Well then, ciao time! I can't give this to Nanako-chan. Oh, it's so delicious that you won't let anyone else have a bite? In any case, you should try eating it too. It's spicy. The spiciness and heat are like lava in your mouth. You can't taste or feel the forked grass at all. It's starting to taste like iron. For some reason, you sense a dull pain in your mouth as well. You can't give this to Nanako. Here, try mine next. I'll take this one. I have the feeling, it's not better. Kanji, that's a lot. Hey, say something. Well, uh, how do I put this? It tastes really, um, boneless? What? That's not a word you use to describe taste. Does it taste good or not? Tell me. It doesn't seem to be dangerous, but you don't sense any flavors in particular. In fact, you don't taste anything at all. You can't even taste the ingredients. It's not good, but it tastes like, like, I'm eating plain Oatmeal. It's pretty impressive, that you put so many ingredients into a dish and it came out tasting like nothing. Your palate just isn't refined enough. Sicher. I think it tastes good. Nanako-chan. Aber der Moment grad, das erinnert mich, ich hab nur, es gibt ja so eine Simpsons-Folge, wo Mr. Burns so alle Krankheiten hat und die sich gegenseitig auscanceln. Das ist wahrscheinlich so das, was das Essen hier auch ist. Alle verschiedenen, äh, wie heißt's? Äh. Ah, Zutaten, das ist das Wort, das ich gesucht hab. Alle Zutaten canceln sich so gegenseitig aus. Okay. Versuch mein nächstes. Äh. Ich weiß nicht, was ich hier suche, aber ich denke, es wird gut schmeißen. Diesmal für sicher. Ich gebe es einen Wurrl. Wie ist es? Wow, this tastes awful. You have to try this, Yosuke. Dude, not after you say that. Aha, I see. It does taste awful. Well, um, it's a huge improvement over the curry. Yeah, thanks for the consolation. I feel so much better. I think this tastes good, too. Nanako-chan. Oh, yeah, they're right. They're totally right. It tastes awful. Then try Rize-chan's. I bet you anything mine tastes better than hers. Senpai? Senpai? Sure enough. One strike. Well, Yukiko and Chie's didn't taste good, either. But at least theirs didn't cause any casualties. It's a taste too subtle for kids. It's a mature flavor. You guys are just kids. I... 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 WAAAHHHHH! It's spicy, but it's still good. Nanako-chan. Hm, I knew it. Nanako-chan's the most mature person in this room. Crocodile tears. Oh, yeah. Didn't you make one, too, Senpai? You did? Oh! Yep, it's good, too. It seems to have come out pretty well. He's eating it cheerfully. Nanako finished your omelette. Are you full, Nanako-chan? We're still starving. If you're so hungry, then help yourself to an awful-tasting omelette. Huh! Uh, I have a suggestion. You guys know about the festival they're holding in the shopping district, right? Why don't we all go? Oh, that sounds good. Whoa. Does that mean the girls will be wearing yukata? A festival? We'll bring Nanako-chan along, too. I can come? Natürlich. Really? Yay! That settles it, then. Festival food always tastes great for some reason. Even if it ain't anything fancy. Puh. We'll finally be able to get some edible food for once. You promised the others you'd go to the festival in the shopping district. The culprit has finally been caught. The rest is up to the police inquiry. Festival's on August 20th. You made sure not to forget the state. Yeah, I will my progress thus far speichern. Und wo es jetzt halt so weit ist, würde ich sagen, mache ich einen Cut. Weil das hier ist fast schon genug Material für drei Folgen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, let's play Persona 4 Golden. And then we'll be able to get out of this call. And then we can say that you're on track course. So here's the first-day factor.